Die Tangente ist eine Gerade, die eine Funktion an einem bestimmten Punkt berührt. Was heißt das? Schauen wir uns das grafisch an. Wir haben irgendeine Funktion, die nenne ich h von x, und wir möchten in diesem Punkt, wir nennen ihn p, allgemein gehalten x0 und y0, also in diesem Punkt möchten wir eine Tangente anlegen. Das bedeutet, wir ziehen eine Gerade, und zwar genau so, dass diese Gerade unsere Kurve, also h von x, in diesem Punkt berührt. Also, was heißt das? Zum einen, unsere Tangente ist auf jeden Fall eine Gerade. Also, wenn wir die Tangentengleichung bestimmen wollen, brauchen wir die allgemeine Geradengleichung. y ist gleich mx plus b. Unsere Unbekannten sind zum einen m und zum anderen b. m gibt uns ja die Steigung an, unserer Tangente. Das Besondere eben hier ist, die Steigung können wir mithilfe der ersten Ableitung unserer Funktion bestimmen. Denn, in diesem Punkt, also bei x gleich 0, hat h von x genau die Steigung unserer Tangente. Also, das heißt, m ist auf jeden Fall gleich der ersten Ableitung an dieser besonderen Stelle, an dieser Stelle x0. Die erste Ableitung, klar, gibt uns die Steigung, die Steigung dieser Funktion an, und deswegen ist die Steigung unserer Tangente gleich der Steigung unserer Funktion an diesem Punkt. Jetzt hätten wir nur noch die unbekannte b. Das bekommen wir auch ganz einfach heraus. Also, wir setzen klar, m erst einmal ein. Und dann setzen wir hier diesen Punkt p in unsere Gleichung ein. Also, p in y. Also, wir hätten für y eine Zahl, für m haben wir hier eine Zahl ermittelt. Für x setzen wir die x-Koordinate ein, lösen das nach b auf und hätten unser b bestimmt. Das wäre es auch schon. Ich wünsche viel Spaß beim Durchklicken der Beispiele und natürlich viel Erfolg beim Lernen.